hallo zocker freunde weiter geht's in dragon age inquisition und wir wollten ja das letzte mal nach moment nein jetzt habe ich die markierung umgesetzt da da wollen wir hin zu diesem riss das schauen wir uns mal an aber 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 vorher rufen wir unser heute was ist ja so anstrengend okay warum kommt jetzt mal heute nicht ah ja jetzt gut aufsitzen und dann wollen wir wollen wir wollen wir wollen wir da lang genau dass wir hier dass wir da auch hinkommen sonst wäre das ein bisschen problematisch und zu fuß ist ein bisschen weiter also das würde zu lange dauern deshalb machen wir das lieber mit dem pferd so jawohl so geht das da hat er mich echt erwischt hier ihr schweine gibt's ja wohl nicht was nicht gut ja da lasse ich doch nicht umschmeißen menschen skinners warte mal hier so dass immer so ein bisschen noch geschützt seid alter schwede gibt's ja nicht hat der mich einfach vom pferd geschubst echt mal kann es ja wohl nicht sein hier so eine frechheit überhaupt so jetzt bist du gleich platt moment ein bisschen schutz noch da vorne geben erledigt das wie ich da den typ da und nicht mein krieger dass mein krieger in ruhe so ist noch ein bisschen feuer drauf damit sie auch schon warm wird so kriegen wir doch hin oder so dass die nicht noch mehr damit stoff vorne ging ja nix du wirst erledigt plattgemacht wirste wir stampfen ich ein alter schwede hält der was aus das gibt's ja nicht meine geld alter schwede der hat aber power gehabt warte mal wie komme ich denn da jetzt rauf weil ich will das nämlich noch bluten einmal blühen dann bitte leuchtender schlüssel ein leuchtender schlüssel gefunden bei einem verrückten magier an der sturmküste ok warum auch immer wenn die mit gut und ich hätte gern mein pferd wieder hallo heute ja kann ich auch nichts für der hat mich runter geschubst brauchst du gar nicht meckern so da da reiten wir weiter das sieht richtig aus sieht so aus da da der da 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 noch sieht es richtig aus das sieht jetzt nicht mehr richtig aus irgendwie müssen wir darüber kommen ich gucke mich jetzt hier an der küste mal oben ja da könnten wir vielleicht rüber kommen da könnte man vielleicht rüber kommen sieht zumindest so aus probieren wir es ja es sieht gut aus und seid ihr böse ja ich glaube ihr seid böse und ihr wollt mich von meinem pferd schubsen aber ist nicht die sind nicht ganz so stark wie der magie eben das ist schon mal ganz gut so die kriegen wir zumindest runter gehauen glaube ich schon hinter dem wasser liegt und warte mal angesichts der gesellschaft bin ich überrascht dass es mir nicht länger vorkamen okay gut meinst du damit jegliche gesellschaft oder nur sie würde mich jetzt mal interessieren dann nehmen wir auch mal mit und so weit sollte das doch gar nicht mehr sein oder halt blümchen gehen wir weiter blümchen wir nehmen sie alles mit nein nicht jetzt alle blümchen nein nein wir glauben das sind viel zu viele blümchen okay kommen wir da weiter sieht nicht so aus oder ich probier's ich probier's ich hüpf ja könnte könnte gehen nein nein nicht ins wasser du kannst nicht schwimmen merke dir das so ja ja doch 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 da kann warum da kann warum das ist gut wir hätten einfach außen rum gehen können okay das geht natürlich auch gut dann hier auf so weit dürfte es gar nicht mehr sein wir müssen doch gleich da sein oder 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 leute beschützt mich genau macht den drachen alle okay drachen blut drachen schuppen ok nehmen wir mit dann ist noch einer das sind ganz viele kommt schon kommt schon kommt schon hat er zwei lebensbalken echt jetzt okay so damit die nicht da jetzt gleich alle gemacht werden von dem drachen das wäre ein bisschen blöd na komm bisschen näher ran hier kommt kriegen wir auch noch kriegen wir auch noch geschockt und futsch ok gut drachen blut drachen blut drachen blut und hier vorne noch was hier wohl noch mal drachen blut keine schuppen ok schuppen scheinen dann eher selten zu sein so wie das aussieht ok nehmen wir so hin da da ist der riss jetzt ist die frage schaffen wir den gleich hier so moment das machen wir mal so dann haben wir gleich mehrere hier platt so äh nein ich wollte nicht blündern los zum riss alter schwede echt jetzt nie nie nicht zu nah kommen nicht so nah kommen nein 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 halt da haben wir mal was rein so nicht komm schon warte mal das sollte vielleicht auch was helfen so so kommt kommt macht dicht macht dicht macht dicht ihr kümmert euch um die anderen viecher okay können sie gerade nicht gut ok macht das dicht macht das dicht los geschafft 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 hier kann man noch was tun das ist gut und schon mal geist essenz ok gut halt nicht darunter wir können nicht schwimmen so jetzt will ich noch mal schauen ob hier irgendwas von dem viecher noch liegt nein schaut nicht so aus was ist denn da das ist irgendwie von einem fischer plündern okay ein gold ring okay keine ahnung wofür der gut ist ich scroll das wieder langsam runter damit ihr das in ruhe lesen könnt das heißt einfach video auf pause machen dann sollte das klappen so was haben wir hier noch irgendwas ist hier noch irgendwas ist hier ach spinne kraut ich hab gedacht irgendwas tolles naja blümchen sind auch was tolles so den riss an der küste platt gemacht ist hier noch irgendwas wetter sind auch blümchen ja sind auch blümchen ja alles blümchen haben wir hier noch irgendwas ein alles blümchen alles blümchen okay dann schauen wir mal was für ein blöd sind wir als nächstes anstrengend da sind gewesen da ist immer gewesen hier unten leuchten der schluss ach ja wir haben ja den schlüssel gefunden genau machen wir uns da mal hin das machen wir jetzt mal per schnell reise dann laden wir nämlich gleich auch unsere heiltränke auf genau moment wo war das da da wollen wir hin also ein magier hatte einen seltsamen leuchtenden schlüsse bei sich vielleicht öffnet er die tür der hütte an der was an der anliegestelle der abtrünnung ok gut schauen wir uns das an ich will das sehen so kann man da am besten hin so nicht das wahrscheinlich hier durch ja sieht so aus gut da kann man nicht rauf das steht schon mal fest da auch ne also auf jeden fall nicht mit fährt ich will es mal ich will versuchen da hoch zu klettern man nennt es das wache mehr weil hier angeblich der zorn des erbauers erwacht ist ok gut zu wissen wir müssen wohl dadurch ja ok spinnen ich kann spinnen hier in diesem spiel nicht ausstehen die sind nämlich fies ich meine ich habe zwei vogelspinnen zu hause die sind wesentlich freundlicher das steht schon mal fest so ok da ist noch eine was war das das war aber keine spinne ok entzünden wir das gut dann wird es ein bisschen heller aber hier will ich auch gar nicht moment mal plündern ich habe nur die befürchtung dass es hier am ende nicht raus geht es wäre natürlich blöd moment ich werde mal hier schauen ja dachte ich mir doch gut dass ich nicht gleich hoch geklettert bin ok machen wir uns nach oben und so wie ich das sehe wartet da schon was auf uns hatte ich mir gedacht lass den quatsch du hast ja doch keine chance so gut genau so kann man hier mal licht machen gut ich hoffe geht es hinterher auch irgendwo raus nicht dass wir uns hier völlig verlaufen genau und futsch nein doch nicht haha das tierchen ist ein bisschen stärker hey wo sind die anderen leute leute ne lasst mich nicht alleine hier das viech ist böse na komm komm schon wow sieht so aus als müsste ich es alleine platt machen gut da ist ja noch ein wie ich so nicht das war nicht abgemacht hier so na gut als ob die irgendwas mit mir ab machen würden da ist noch was drin okay magier starb roll okay groß wird der aber halt warte mal machen wir mal licht und da wird schon das nächste ficht gezeigt hier das nächste ficht zeigt sich hier wo ist denn wo sind meine leute hier da gibt's ja nicht da gibt's ja nicht das wo wo sind die denn gibt's das kommt die nicht hier rein oder was wo sind denn meine leute leute wo seid ihr echt jetzt was macht ihr denn da kommt man hier rum oh ein bär ein bär ein bär ähm leute jetzt wird es aber zeit dass hier kommt jetzt ernsthaft nein 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 kommt man hier ja kommt man hier raus das gibt's ja nicht ähm gut machen wir uns mal da runter vielleicht folgen sie mir nein tun sie nicht das gibt's doch nicht doch einer ist schon mal hier gut ähm schauen wir mal hauen wir das Viech nochmal platt hier diesmal sind wir ja zu zweit so komm schon es wäre schön wenn die anderen mal kommen würden also das mit der hülle hier war wohl eine blöde idee aha 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 da ist schon mal der erste wo ist wo ist kassandra ah ne das ist er hier ha kassandra ah jetzt kommt leute und und pack nicht wieder da fest das geht ja mal gar nicht so hinauf klettern kommt mit und lasst mich ja nicht alleine hier so und ich glaube da ist irgendein Viech ja es sieht so aus aber nur ein kleines Viech schnell erledigt seid ihr da gut dann hier rauf kommt hier so schön außen am rand lang das sollte dann klappen was dann kommt ihr jetzt oder was so schon mal vom weiten blatt machen echt jetzt warum kommt ihr da nicht rum kommt ihr jetzt rum das ist echt nicht wahr gut ich werde jetzt erstmal schauen dass ich hier irgendwie weiter kommen vielleicht porten sich ja noch darüber ah jetzt kommen sie das ist gut oh da kommen ja noch mehr spinnen gibt's ja nicht so was macht sie platt hier so das mal entzünden hier dass wir hier licht haben und da plündern gold amulett der willenskraft ok hm nehmen wir mit gut hier geht es wohl wieder raus ich hoffe ich bin noch richtig hier hier ist auf jeden fall eine sehenswürdigkeit ja ich weiß nicht wozu dass er das mal gut ist ne morgen stufen gut egal ähm ich wäre zu dem markierungspunkte kommen wir da überhaupt hin also ich habe nicht das sind wir jetzt wieder da rausgekommen wo wir reingekommen sind oder was warte mal machen wir uns hier runter au 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 das hat wie getan ja wird schon gehen und wieder so ein paar deppen die auf uns warten gibt es ja wohl nicht na du was mach alle ja das also so lange kann das doch nicht dauern leute ok so hab das gut ein bisschen plündern so dann da weiter ich hoffe ich komme da überhaupt hin aber das sieht mich gar nicht so aus ok na komm geh weiter lass dich nicht aufhalten dann musst du hier irgendwo muss es doch da hingehen ok da ist die hütte zu der müssen wir wohl hin warte mal das könnte hier gehen sieht so aus ich hoffe es zumindest so 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 bisschen hüpfen dann sollten wir da rauf kommen warte mal ja ja das sieht gut aus schöne berge hochkratzen nein lass dich nicht aufhalten so dann hey lass mich rauf ok das müsste die hütte sein schauen wir mal rein warte mal das war doch hier wo man nicht durch die tür kamen jetzt sollte das geht jawohl jawohl hier können wir jetzt rein nehmen wir erstmal hier notizen aus der hütte des magiers ja ich weiß nicht wofür das jetzt wichtig sein könnte egal ich scroll das jetzt langsam runter wie gesagt wenn ihr das gelesen haben wollt einfach auf pause machen und durchlesen so dann hier das war die treppe die ich gesehen hatte na komm blündern so ritte zur rezeptur mächtiges angriffselixier ok ähm ist hier noch irgendwas ja da ok was speer rüstung der wächter ok schräge schneide also mich würde mal interessieren was hier abgegangen ist das sind puppen das sind skelette weil das da sieht nämlich aus wie eine puppe hier das sieht nicht aus als wäre das ne das sind puppen sind lauter puppen und skelette keine ahnung was sie hier getrieben haben aber ist schon heftig sonst ist hier nichts ne nö sonst ist hier nichts ok das heißt haben wir die tür hier doch noch aufgekriegt finde ich immer gut ich weiß gar nicht ob es einen anderen weg hier reingegeben hätte wieso glänzten das alles so extrem saulus dieser drache über den korypheus gebietet könnte er tatsächlich ein erzdämon sein ich denke wenn dem so wäre würden wir uns einer verderbnis gegenüber sehen aber was ist er dann ein verderbter drache einfach nur ein weiteres geschöpft der dunklen brut er ist mit korypheus verbunden eine derartige verflochtenheit geht weit über bloße kontrolle hinaus sie ist ein untrennbares band da fragt man sich doch ob das nicht alles ist was die erzdämonen sind Schoßtiere von wesenheiten die nicht mehr existieren so weit würde ich nicht gehen dieser drache ist eine nachbildung hervorgebracht von einer kreatur die nach erhabenheit strebt nichts weiter ok also ist das wohl kein echter drache oder was willst du uns damit sagen also für mich hat er sich echt angefühlt und er sah auch echt aus oder so wie oder was ok ich weiß nicht was das ist aber im Moment glänzt alles ziemlich kräftig ach ich glaube ich weiß warum es regnet und irgendwie scheint das dach hier und dicht zu sein und da ist das dann auch alles nass ok was wo ach da ok was noch einer echt mal ihr lernts auch nicht langsam müsst ihr da wissen dass er uns nicht vorbeikommt meine fresse gibt es aber nicht ok gut und ich will mal gerade schauen ja hier haben wir das 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 sieht nicht so aus als wenn hier noch mehr wäre ich meine ich gucke jetzt hier gerade so die ganze karte aber nö dann würde ich sagen beim nächsten mal hm das schwarze emporium himmels feste hinterlande ja keine ahnung das ist äh da werden wir dann sehen auf jeden fall müsste ich noch mal ne dunkelste was im podium ja keine ahnung werden wir beim nächsten mal sehen ich sage bis dahin und tschüss das 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 ist das 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 das